Nacht schlafen sie unruhig, ein Albtraum plagt sie, sie finden sich in einem Raum wieder, es scheint eine Kiste zu sein, was nun? Vielen Dank. Nach dieser unruhigen Nacht erwacht der nächste Tag. Es ist ein warmer, sonniger Samstagmorgen. Sie wissen, Ihnen steht heute noch viel bevor und so kräftigen Sie sich zunächst mit einem guten Frühstück. Und so kräftigen Sie sich in einem guten Frühstück. Und so kräftigen Sie sich in einem guten Frühstück. Die Mittagszeit bricht heran und somit ruft die Arbeit. Denn an diesem freien Samstagmittag müssen Sie einige schwere Kisten umstellen. Und so kräftigen Sie sich in einem guten Frühstück. Nach der Arbeit kommt das langersehnte Vergnügen. Die Party steht an und alle beginnen sich zu schminken und bereit zu machen für einen langen Abend. Und so kräftigen Sie sich in einem guten Frühstück. Und so kräftigen Sie sich in einem guten Frühstück. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.